Die Tageslosung heute ist für alle, die müde sind. Immer noch oder schon wieder. Für alle, die erschöpft sind. Nicht mehr wollen. Für alle, die sich manchmal alleine fühlen. Für die, denen die Kraft ausgegangen ist. Für alle, die einen neuen Anstoß brauchen. Für sie und für mich. Das erste Buch der Könige erzählt von Elia, einem Propheten Gottes. Die Losung für heute steht in Kapitel 19. Dort heißt es, ein Engel rührte Elia an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes. Der Prophet Elia hatte sich zuvor in eine bedrohliche Lage gebracht. Er hat, wie er selbst später sagt, für Gott geeifert. Er brachte die Propheten der Königin Isebel um, aus Rache dafür, dass Isebel die Propheten des Herrn hatte töten lassen. Als Isebel von Elias Tat hört, schwirrt sie Rache und Elia flieht in die Wüste. Dort holt ihn die Vergangenheit ein. Ihm wird klar, in welcher Lage er ist. Er setzt sich und bittet Gott, alles von ihm zu nehmen. Seine Aufgabe, seine Angst, sein Leben. Die Erschöpfung ist übermächtig. Nur noch Ruhe, das wünscht er sich. Der Tiefpunkt seines Lebens ist erreicht. Elia hat sich selbst aufgegeben. Er hat genug. Auch von Gott. Er ist fertig mit seinem Gott. Elia legt sich hin und schläft ein. Und dann kommt ganz sacht der Wendepunkt. Denn Gott ist nicht fertig mit Elia. Gott gibt niemanden auf. Die Bibel erzählt von einem Engel, der Elia neuen Lebensmut schenkt. Es wird nicht viel geredet, schon gar nicht auf die Schulter geklopft und gesagt, wird schon wieder. Nur eine leise und deutliche Aufforderung. Steh auf und iss. Elia wacht auf, aber aufstehen kann er nicht. Er ist einfach zu kraftlos. Er isst und trinkt und schläft wieder ein. Da kommt der Engel ein zweites Mal. Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Nun erwacht Elia wirklich. Neue Lebenskraft ist da. Vertrauen wächst und Zuversicht. Elia macht sich auf den Weg, seinen neuen Aufgaben entgegen. Gottes Geschichte mit uns fängt oft erst richtig oder nochmal ganz neu an, wenn man denkt, am Ende angekommen zu sein. Wenn es irgendwie nicht weitergeht, weil ich zu erschöpft bin oder zu versunken oder zu überzeugt. So einen Engel in der Wüste wünsche ich mir auch. Nicht nur für mich, sondern für all die, die müde sind wie Elia. Ich wünsche uns einen Engel, der weiß, was wir brauchen. Und einen Gott, der mit uns nicht fertig ist. Uns nicht aufgibt. Der seine Geschichte mit uns weiterschreibt und uns auf gute Wege führt. Und siehe, ein Engel rührt dich an und spricht zu dir. Steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Du musst ihn nicht alleine gehen. Vertraue darauf, dass jemand da ist, der dich stärkt und nährt mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Herzliche Grüße aus Blitzhausen, Ihre Pfarrerin Julia Kling.